Im Moment läuft es rund. Und wie rund das weiter läuft, darüber werde ich in diesem Video mal ein bisschen sprechen und über andere Dinge, weil wenn ich mich hier einfach unvorbereitet hinsetze, dann schwankt die Themenfindung ja ein bisschen und es kann lang werden, es kann kurz werden. Nehmt euch gerne ein Getränk, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Einen wunderschönen guten Morgen, Meister, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video, welches ein Vlog ist. Ganz am Anfang ist die Aufmerksamkeitsspanne am größten, deswegen möchte ich direkt erstmal eine Werbung in eigener Sache machen, in Anführungsstrichen Werbung und auf die Links in der Videobeschreibung verweisen, denn auch ich habe einen eigenen Discord. Ich habe natürlich Twitter, ich habe Facebook, was ich nicht nutze. Worauf ich hinaus möchte, in der Videobeschreibung findet ihr immer alle wichtigen, naja, alle wichtigen, alle interessanten Links, die mich betreffen und die Plattformen, auf denen ich zu finden bin. Ihr dürft mich halt gerne bei Playstation, Xbox und Co. und wo ich bin, als Freund hinzufügen, wenn euch danach ist. Aber insbesondere würde ich gerne das Augenmerk auf den Discord legen. Dort dürft ihr euch gerne einfinden, wenn ihr Bock habt, dann können wir dort miteinander quatschen, könnt ihr mit anderen Menschen quatschen, kann man sich austauschen, kann man eine große, nette Community aufbauen und alles halt kostlos frei, wenn ihr Bock drauf habt. Falls dieses Video hoffentlich vielleicht qualitativ so vom Bild her besser ist oder anders, dann liegt das daran, dass ich momentan kanaltechnisch wieder so motiviert bin, dass ich es wieder gewagt habe, eine Investition zu tätigen. Deswegen hätte ich natürlich schlau vorbereitungstechnisch den Karton hier mit ins Bild halten können, was ich natürlich nicht getan habe. Jedenfalls habe ich mir eine Sony ZV1 gegönnt. Ich habe jetzt die letzten Male, das war auch immer schon sehr simpel, was auch ein Grund dafür ist, dass ich Bock hatte, wieder mehr Videos zu machen, dass ich das Setup hier ja, wie ich aufnehme, vereinfacht habe. Aber ich setze mich hier einfach in die Ecke, mache die Lichtline an, damit ich gut ausgeleuchtet bin und dann kann ich in die Kamera sabbeln, gegebenenfalls Gameplay mit dem PC oder sonst irgendwas aufnehmen. Das habe ich alles versimplifiziert, deswegen auch die bessere, die höhere Motivation wieder hier loszulegen. Und jetzt habe ich das Handy, mit dem ich ja ursprünglich aufgenommen habe, mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra, ist ja auch völlig wurscht, also die letzten Videos waren mit einem Smartphone aufgenommen. Hat sich auch keiner über die Qualität beschäftigt, immer mit einem Ansteckmikrofon. Und jetzt bin ich noch eine Stufe höher gegangen mit einer Kompaktkamera von Sony. Das wollte ich nur mal so in den Raum geschmissen haben. Ich hatte erst überlegt auf einer Elgato Schießmichtod. Es gibt ja von Elgato und von Razer, glaube ich, so ganz tolle Webcams. Aber damit bin ich wieder am PC gebunden und ich wollte mich zumindest von dem PC hier ein bisschen loslösen. Was ich noch hätte gleich am Anfang sagen sollen, schön, wenn ihr jetzt noch da seid. Und herzlich willkommen an alle neun Abonnenten da draußen. Ich suche Finchi, der das Code-Video, das sehr viele Menschen gesehen haben, erstmal dafür auch danke. Das Video hatte Finchi verlinkt in seinem Community-Tab. Und das hat mir nicht nur irgendwie über 600 Aufrufe für das Video beschert, sondern auch, ich glaube, 18 neue Abonnenten. Also ich bin jetzt nicht mehr laut Listung auf YouTube 1060 Abonnenten oder 1050, was ich, glaube ich, immer hatte in dieser langen Pause. Sondern jetzt bin ich tatsächlich schon bei 1070 und stehe kurz vor 1080 Abonnenten. Deswegen herzlich willkommen und vielen Dank an alle da draußen, die jetzt beschlossen haben, mich neu zu abonnieren. Ich hoffe, dass auch zukünftig euch das gefällt, was ich hier auf dem Kanal vorhabe oder zu sehen sein wird. Denn was hier zu sehen sein wird, das werde ich euch jetzt oder will ich euch jetzt mal sagen. Es ist auch mit so ein Informationsvideo für Leute, die schon länger dabei sind, dass ihr wisst, was bleibt, was kommt, was fällt weg. Und fangen wir mal damit an, viel wegfallen tut nicht. Manche Formate sind ja eh schon ewig uralt. Aber was definitiv wegfällt und was ich schon mal an anderer Stelle gesagt habe, ist, Let's Plays wird es auch nicht auf dem Hauptkanal geben und auch nicht auf dem Nebenkanal, wie ich mir vorhatte, sondern Let's Plays, also quasi so fortlaufend ein Spiel bis zum Ende durchziehen, was ich ja eh noch nie geschafft habe. Außer mit Crash Bandicoot. Und haue ich euch mal in die Infocard, wenn ihr Bock darauf habt. Ich habe damals Crash Bandicoot 1, 2 und 3 auf dem gemeinsamen Kanal Nerdiversum Let's Plays, wenn ihr da Bock habt, so einen alten Scheiß mal zu gucken. Noch die Originalteile, könnt ihr das gerne tun. Aber in der Form Let's Plays wieder wird es nicht mehr geben. Manche Menschen bezeichnen ja dieses Videoformat, indem man mal ein Spiel antestet für eine gewisse Weise, auch als Let's Play, was bei mir angezockt ist oder Pruno 2K zockt. Und ich weiß gar nicht immer so genau, wie ich das Format gerade nenne. Das ist nicht ausgeschlossen, aber fangen wir vor an. Ihr seht es auf meinem Kanal-Banner. Ich weiß nicht, ob ich es dem Video offiziell schon mal gesagt habe, aber ein Video die Woche fest, montags 16 Uhr, um euch nach dem ersten Arbeitstag zumindest den Start in die Woche zu versüßen. Wobei es auch manche gibt, die das am Sonntag gucken. Wann ihr das guckt, ist ja völlig wurscht, aber ihr wisst, montags 16 Uhr gibt es bei mir ein neues Video. Und das wird in verschiedenen Kategorien sein. Dementsprechend springe ich mal zu den Formaten, die ich beibehalten werde, die jetzt glaube ich auch schon alle mal eine Ausgabe bekommen haben und spreche vielleicht dann, wenn ich abdrifte, über Formate, die ich immer mal vordrifte, die vielleicht auch mal auf den Plan gerufen werden. Aber wir wollen uns nicht so viel vornehmen. Also welche Formate gibt es? Vlog, wie ihr jetzt zu sehen bekommt. Prost, also ProLoop Sofa Talk, ist zwar auch eine Art Vlog, aber über ein bestimmtes Thema und war ursprünglich so auf der Basis, dass ich da begann, einen Energy Drink zu probieren, den ich noch nicht kenne, was gar nicht so einfach ist, und danach über ein fixes Thema zu sprechen. Um danach über ein fixes Thema zu sprechen, das Format wird bleiben. Neu in der Sammlung wird vermutlich auch das nächste Video hier nach diesem, also nächsten Montag. Eure Fragen, meine Antworten. Abstände kann ich euch nicht sagen, aber wie gesagt, diese Videos, das sind alles so Formate, die theoretisch auf einen Montag kommen. Können eventuell auch an einem anderen Tag, aber dazu noch später. Eure Wahl, meine Qual, wo ihr im Community-Tab oder unter dem Video abstimmen könnt, welches Spiel ich mir anschaue, um danach anschließend meine Erfahrungen darüber zu berichten. Snestalgie, Nestalgie, für die Älteren und auch für die Neueren, also die Älteren kennen das Format, für die Neueren, es begann mal als ein Format, wo ich mal wieder in alte NES- oder SNES-Titel geschaut habe, zehn Minuten, immer mit dem Timer, immer zehn Minuten in ein Spiel kurz reinschauen. Da ich aber sehr viel aus der Ära nicht kenne, ist es jetzt so, dass ihr auch in dem Format euch Spiele wünschen könnt. Also eure Wahl, meine Qual. Da wählt ihr das Spiel, nur dass ich das nicht live vor der Kamera spiele, sondern für mich selber und danach meine Eindrücke berichte. Nestalgie und SNES-Talgie, also NES-Talgie und SNES-Talgie, da könnt ihr Spiele auswählen, die ich dann live, also vor laufender Kamera, zehn Minuten ausprobiere. Das ist meistens eher so ein amüsantes Format, weil in der Regel bin ich nicht sehr gut in den Spielen. Ja, dann, wie gesagt, angezockt wird es vermutlich auch mal geben, wo ich, wenn ich mal einfach Bock habe, ein Spiel zu spielen, das war ja jetzt kürzlich mal, was ich nicht, Diablo 2 Resurrected, das war Diablo 3, einfach ein Portal. Das sind nicht so die Formate, die die fetten Klicks ziehen, das sind die Formate, wo ich, wenn ich einfach mal Bock auf irgendwas Bestimmtes habe, was kein Gelaber vor der Kamera ist. Und ich hoffe, ich vermisse, verpasse, äh, vergesse kein Format. So, Montag, der feste Tag für ein Upload, da könnt ihr immer mit einem Video rechnen. Wenn aus der Reihe mal irgendwas kommt, wie das letzte Mal, wie ich mal eine komische Beleuchtung getestet habe oder wenn ich dann tatsächlich mal irgendwie irgendwas Gameplay-mäßiges angezockt habe, was aus meiner Perspektive nicht in dieses Hauptvideo am Montag passt, dann werde ich das am Donnerstag tätigen. Nicht jede Woche Donnerstag kommt ein Video, sondern wenn ich ein zusätzliches Video habe, auf das ich Bock habe, dann kommt es am Donnerstag. Wenn es sich ergeben sollte, aus irgendeinem Grund, dass ich, keine Ahnung, Urlaub habe und auf so viel Scheiß Bock hatte, dass ich das sonst irgendwie den nächsten Tag, den nächsten Wochen, Montag und Donnerstag nicht unterkriege, möchte ich nicht ausschließen, dass ihr auch an einem anderen Tag mal irgendwas bei mir zu sehen bekommt. Worauf ihr euch halt nur einstellen könnt, ist, jeden Montag, 16 Uhr, ist der feste Video-Upload-Tag für ein richtiges Video. Alle Randerscheinungen wie angezockt, Nestal-Gee, Snestal-Gee werde ich vermutlich an einem Donnerstag hochladen. Vielleicht auch mal, wenn ich irgendwas auspacke, weil Unboxings wird es vielleicht auch mal geben. Also es ist kein Format, das tot ist, aber ich habe immer nicht so viel auszupacken und meistens auch nicht so die Geduld, wenn ich mir was Schickes kaufe, wo ich denke, das könnte man zeigen, aber ich keinen Bock habe zu warten, bis ich die Kamera ausgepackt habe und das so alles. Ihr versteht das schon. So, ansonsten, wie gesagt, es läuft gerade ganz gut. Dadurch, dass wir jetzt beide, meine Freundin und ich, beide im Tagsschichtbetrieb nur arbeiten und irgendwie so feste Tage haben für bestimmte Dinge, lässt sich das auch einmal alles ganz toll einbinden in den regelmäßigen Ablauf. Es gibt nur noch einen Aspekt, aber da könnt ihr nichts beitragen, den ich selber noch verbessern muss, weil ihr werdet sehen, im nächsten Neujahr in der Sammlung, das Kaufen hat sich nicht wirklich reduziert. Also ich habe sehr viele Spiele gekauft, immer so, logischerweise die solche, wo ich dachte, da hast du mal Bock drauf oder teilweise dann ja auch Spiele, die ich einfach nur auf dem PC habe, die ich mir nochmal in physischer Form ins Regal stellen wollte, wo ich darauf herum überlege, wie sinnvoll das ist, wenn man die nicht wirklich spielt beziehungsweise in einem Fall von einem Remedy-Spiel, nämlich Control, habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir eine physische Fassung kaufe, um sie ins Regal zu stellen. Aber effektiv, wenn ich die Speicherstelle nicht übertragen kann, würde ich es immer auf dem PC weiterspielen. Da habe ich jetzt gestern erstmal geguckt, ich habe es nämlich auf Steam, ich habe es glaube ich auf der Playstation 5 und ich habe es auf, wie heißt denn das, im Epic Store und im Epic Store habe ich tatsächlich die 10 Stunden Spielzeit, wie ich gestern festgestellt habe, habe da gestern mal wieder reingestöbert, aber auf dem PC habe ich kein Raytracing, dafür habe ich es dann auf der Konsole, aber da müsste ich wieder von vorne anfangen und das sind Problematiken, die eigentlich nichts angehen. Ich bin ja froh, tatsächlich, wenn ich überhaupt mal spiele, weil zeitgleich habe ich mir jetzt auch noch, ich habe immer noch Gotham Knights in der Pipeline, ich habe denn letztens tatsächlich Horizon Forbidden West endlich mal angefangen und ich weiß nicht, was ich da noch so alles nebenbei laufe, ich habe eigentlich vor, wenn Witcher 3, das Current Gen, also das neue Update kommt, wollte ich da auch reinschnuppern und vielleicht merkt ihr schon Gotham Knights Forbidden West, Witcher, das sind alles nicht gerade kleine Spiele, dann habe ich ja noch meine Daily Grinder wie King of Avalon und Forge of Empires, gut, das nimmt nicht viel Zeit weg, aber auch noch mir die neue Erwartung für World of Warcraft gekauft und wann ich das alles irgendwie irgendwo unterbringen will, weiß ich gar nicht, aber zum Glück bin ich ja eh so ein Crossplayer, wenn ich einfach auf das Spiel keinen Bock habe, dann gehe ich in das nächste rein, also ich müsste eigentlich meine ganze Steam Bibliothek und Konsolen Bibliothek installiert haben, alles gleichzeitig am besten, damit ich jederzeit entscheiden kann, wo ich in welches Spiel reinschaue, ich habe nämlich zum Beispiel auch, ich habe natürlich den Xbox, Xbox, den Xbox Game Pass Ultimate, weil ich ja mir die Xbox Series X geholt habe in diesen 24 Monats, ja, Abo schimpfe ich es mal, also ihr bezahlt quasi die Xbox ganz regulär, für 500, ne, 499, plus den Game Pass Ultimate, das heißt, ich habe auf dem PC eine riesige Bibliothek an Spielen, auf die ich zugreifen kann und auf der Xbox, zeitgleich habe ich aber auf der Playstation 5 auch das PS Plus Premium, ich weiß nicht, dieses höchste Tier, da habe ich dann letztens mal das Streaming ausprobiert und habe in Fly Raccoon reingeguckt und ich schaufel mir eine riesige Bibliothek an Spielen an, die ich lebtag nicht mehr spielen kann, so dass ich überlegt habe, was ich vielleicht nächstes Jahr in Angriff nehme, dass ich nur alle zwei Monate Spiele mir gönne oder mich irgendwie auf eine Anzahl an Spielen beschränke, pro Monat, das steht aber alles noch in den Sternen, ich sage mal so, solange ich mir das alles quasi leisten kann, spricht jetzt nicht so viel dagegen, es auch zu tun, aber ich habe vielleicht auch eine andere Sache überlegt, dass ich zwischendurch mal so günstige Spiele einkaufe und dann auch mal ein paar Verlosungen raushaue, dass dann vielleicht in dem neuen in der Sammlung, wenn ich das vielleicht im zweimonatigen Rhythmus mache, immer mal ein Spiel dabei ist, dass ihr abstauben könnt. Wie alt das ist, wie toll das ist, das wird man dann sehen, aber ich plappere hier jetzt gerade nur Gedanken raus, die sich so im Kopf gesammelt haben. Wenn ihr irgendein Format vermisst, das richtet sich natürlich jetzt an die, die schon lange dabei sind, wo ihr sagt, da hast du noch mal was versprochen, das war toll, gerne in die Videokommentare kloppen, ob ihr irgendwelche speziellen Wünsche habt, ob ihr irgendwelche Formate vermisst und kommt mir bitte nicht mit Lubis Pro-Tipps, weil dafür bin ich nicht mehr kreativ genug. Ich mache mir keine Illusion, es wird jetzt nicht so weiter gehen, wie es jetzt nach diesem Video mit dem Code-Paket war, weil da, wie gesagt, habe ich wieder gemerkt, also klar, ich habe gemerkt, durch, das war jetzt gerade mal ein oder zwei Monate, wo ich wieder kontinuierlich, aber mit regelmäßigem Uploadplan Videos gemacht habe, man merkt, wie man ganz langsam wieder in den Abonnenten steigt. So ein Schub, wie ich jetzt durch Finchi bekommen habe, also von anderen Leuten erwähnt zu werden, ist natürlich immer das Geilste, das ist immer so der größte Schub. Witzigerweise, er hat mich im Video erwähnt, da passierte aber gar nicht so viel, was Abonnenten anging, aber als er das in seinem Community-Tab angekündigt hat, oder geteilt hat, da kamen, wie gesagt, 18 Abonnenten zustande. Ich meine, ich merke selber, man muss schon fast aktiv nach dem Community-Tab gucken, aber auch ich merke, wenn ich Abstimmung unter dem Video mache, wo ich sage, klickt da auf den Daumen nach oben, um zu wählen, welches Spiel, früher konnte man ja eigentlich mal im Info-Tab, glaube ich, konnte man auch mal Abstimmung tätigen, aber irgendwie, entweder kann ich das noch nicht oder man kann es nicht mehr. Jedenfalls im Community-Tab habe ich dann doch, erreiche ich dann doch mal eher so bis zu 50 Leute unter Videos. Ich erreiche zwar mit Videos mehr als 50 Leute, aber interaktionsfreudige Leute, die dann auch abstimmen, nicht so. Deswegen wird die Abstimmung für eure Wahl, meine Qual wohl immer im Community-Tab stattfinden. Deswegen haltet man immer an Ausschau, wenn eure Wahl, meine Qual war, dass ihr an dem Tag oder einen Tag später mal vielleicht mal ins Community-Tab schaut, wenn ihr denn mit abstimmen wollt. Merkt ihr dann vielleicht auch, dass ich schon drei Formate, glaube ich, habe, in denen ihr mitbestimmen dürft? Also sagen wir so, bei eure Wahl, meine Qual, dürft ihr mit abstimmen. Bei Nestalgy und Snestalgy dürft ihr Spielewünsche äußern. Wenn ihr einen Spielewunsch äußert und ich das schon gespielt habe, werde ich euch das direkt unter eurem Kommentar verlinken. Wenn ich das noch nicht gespielt habe, werde ich das auf einem Zettel vermerken und das peu a peu abarbeiten. Also ich habe da aktuell jetzt so sechs Titel, glaube ich, auf der Wunschliste, weil die alte Liste diesmal gerade existiert, leider nicht mehr. Deswegen sammle ich neu. Einen Wunsch, davon habe ich mit Super Protector schon bedient. Ja, so und so wird das hier weitergehen. Ansonsten, privat ist eigentlich nur Arbeit angesagt. Hier und da mal ein bisschen zocken, dann mal Videos für euch machen. Jetzt letzten Freitag, ja stimmt, letzten Freitag, hatte ich einen schönen Tag von 6.45 Uhr bis 21.30 Uhr. Dementsprechend nehme ich auch dieses Video relativ spontan und erst am Sonntag auf, weil eigentlich ist Samstag mein Aufnahmetag, aber Samstag war ich so platt von dem Arbeitstag, dass da habe ich wie nur im Stuhl vor mich hin vegetiert und mich von Fernsehen berieseln lassen, weil ursprünglich, da wollen wir mal volle Transparenten da draußen, wäre neu in der Sammlung für jetzt angedacht. Aber da ich sehr viele Spiele gekauft habe, dementsprechend das Video etwas länger wäre, ich Gameplay organisieren will für jedes Spiel, wäre das ein erheblich größerer Schnittaufwand gewesen. Dementsprechend vertröste ich euch jetzt einfach auf nächste Woche. Aber da ich ja keinen festen Uploadplan habe, nur einen festen Uploadtag, kann auch keiner so richtig irgendwas vermissen. So viel dazu. Wie gesagt, mal gucken, wie die Tonqualität ist hier mit dem Mikro, wie die Bildqualität ist mit der Kamera. Ihr dürft wie immer alles, was euch auf der Seele brennt, was irgendwie an mich gerichtet wäre, dürft ihr gerne in die Videokommentare schreiben. Ich freue mich immer über Kommentare. Ich mache das gar nicht so sehr für die Aufrufe, sondern tatsächlich für die Kommentare. Und solange ich die Größe habe, dass ich alle Kommentare beantworten und auf alle Kommentare reagieren kann, werde ich das auch tun. Ausnahmen bestätigen die Regel, weil irgendwelche Beleidigungen oder dümme Spriche oder es gibt halt immer so Kommentare, da reagiert man halt nicht drauf. Im schlimmsten Fall löscht man sie. Ist bei mir sehr gering, aber prinzipiell gehe ich auf jeden Kommentar ein. Und wenn euch, wie gesagt, die Auseinandersetzung, nein, wenn euch das Miteinander über die Kommentare nicht reicht, seid ihr wie schon am Anfang erwähnt, herzlich willkommen auf meinem Discord, wenn ihr Bock habt. Ist keine Redeflicht, aber je mehr Menschen, desto eher kommen die Menschen auch unter sich ins Gespräch, weil ein Discord ist ja nicht nur dafür, dass ihr immer mit mir reden könnt, sondern auch mit den Menschen, die mich sonst noch so verfolgen. Man kann Interessen austauschen und kann Spiele austauschen, miteinander, Mitspieler finden oder sonst was. Und wenn ihr, keine Ahnung, zwar abonniert habt, aber keine Glocke aktiviert oder nicht abonnieren wollt, könnt ihr über den Discord, bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ein Video von mir online gegangen ist. ist ja theoretisch nicht so wichtig, wenn man weiß, dass Montags um 16 Uhr immer eins kommt, kann man ja immer dann gucken, aber für die, die außerplanmäßig kommen und man nicht immer auf YouTube rumgeistert, erfährt man das auch im Discord. Im Idealfall auch auf Twitter, aber wie gesagt, es steht euch frei, ihr könnt mir folgen, wo ihr wollt. Ihr müsst es nicht, logischerweise, ihr müsst mich auch nicht abonnieren, aber es sind alles Dinge, abonnieren, Glocke, wenn ich nicht untergehen soll zwischen all den anderen Großen, auf den Discord kommen, Twitter, mich irgendwo als Freunde hinzufügen, alles Dinge, Optionen, die euch zur Verfügung stehen, die euch nichts kosten, wo ich mich aber freue, weil wir dann näher zusammenrücken und mehr miteinander interagieren können, weil ich habe das früher schon immer gesagt, ich würde hier ja nur mit meiner Kamera sprechen, wenn ihr da draußen nicht wärt und nichts zeigt mir besser, dass ihr da seid und mit mir interagieren mögt, wie ein Kommentar oder wie auf Discord miteinander zu sprechen. so viel dazu ist jetzt nicht das ergiebigste Video, ich kann leider bei der Kamera tatsächlich nicht sehen, wie lange ich schon aufnehme, ach doch, oh scheiße, schon wieder 20 Minuten, also lang genug, dementsprechend, vielleicht, ich weiß nicht, wie diese Woche so aussieht, wie der Dienstplan von meiner Freundin aussieht, vielleicht gibt es eine Nestalgie am Donnerstag oder irgendwas anderes, muss ich mal gucken, ob ich da noch was unterkriegen möchte, das war es erstmal für diesen Montag, ein kleines Dankeschön an euch oder eigentlich eher ein großes Dankeschön, eine Roadmap, nicht exakt, wie es weitergeht, sondern womit es weitergeht, ja ansonsten, wie gesagt, schaut gerne mal ins letzte Nestalgie rein, dann könnt ihr da direkt auch was wünschen oder ins nächste Nestalgie, ihr könnt auch unter dem SNES-Talgie, ich habe zweimal Nestalgie gesagt, ihr könnt auch unter dem SNES-Talgie euch Titel für ein NES wünschen, das ist wurscht, ich unterteile das nur damit ihr wisst, welche Plattform euch erwartet und wenn ich euch mit irgendwelchen Spielewünschen vergessen habe, Sascha, ich weiß, du wünschst die regelmäßig und ich notiere mir das immer nicht, so für ein normales angezockt, dann haut das gerne in die Videokommentare. An dieser Stelle jedenfalls erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr dieses Video jetzt konsumiert habt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020